In diesem kurzen Video stellen wir nun alle Schlauchverbindungen zur Anlage her. Unser Tipp! Damit ihr die Anlage zukünftig leichter aus dem Unterschrank hervorziehen könnt, lassen wir die Schläuche ein klein wenig länger. Als erstes schneiden wir uns den weißen Schlauch für das Leitungswasser vom Kaltwasseranschluss kommend auf die gewünschte Länge zu. Danach drehen wir uns die weiße Mutter vorne rechts an der Anlage einmal von Hand ab. Den weißen Schlauch vom Kaltwasseranschluss bzw. Aquastop kommend führen wir durch die Mutter und stecken ihn ca. 1,5 cm tief in das Eckstück, drehen die Mutter von Hand fest und nutzen gegebenenfalls den Mausschlüssel zum Festziehen. Nun schneiden wir uns den grauen Schlauch für das Abwasser auf die gewünschte Länge zu. Den Anschluss für das Abwasser heben wir vorsichtig nach oben aus der Halteklammer heraus und drehen die Mutter einmal von Hand ab. Wir nehmen uns den grauen Schlauch von der Abflussschelle kommend und führen ihn durch die Mutter, stecken ihn ca. 1,5 cm tief in das Bauteil. Wir drehen die Mutter von Hand auf dem Gewinde fest und nutzen gegebenenfalls den Mausschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Abschließend setzen wir das Bauteil wieder mittig in die Halteklammer zurück. Übrigens, auch zukünftig findest du hier alle Videos zum Filterwechsel, Membranwechsel und Co. zu deiner passenden Wasserfilteranlage bei uns auf dem YouTube-Kanal. Also am besten gleich den Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen. Jetzt schneiden wir den Schlauch für gefiltertes Wasser vom Wasserhahn kommend auf die gewünschte Länge zu. Bei der 5-stufigen Anlage befindet sich der Anschluss für das gefilterte Wasser auf der rechten Seite, unterhalb der Membranen. Am schwarzen Bauteil lösen wir die Mutter nur ein klein wenig, drehen sie jedoch nicht ab. Den Schlauch vom Wasserhahn kommend führen wir durch die Mutter in das Bauteil ca. 1,5 cm und drehen die Mutter abschließend wieder fest, nutzen gegebenenfalls den Mausschlüssel noch einmal zum Festziehen. Bei der 6-stufigen Anlage befindet sich der Anschluss für das gefilterte Wasser am gelben Zusatzfilter auf der linken Seite. Dort drehen wir das Eckstück um 90 Grad im Uhrzeigersinn nach oben. Wir lösen die Mutter, stecken den Schlauch für gefiltertes Wasser hindurch und führen ihn tief, ca. 1,5 cm, in das Eckstück ein, drehen die Mutter von Hand fest und nutzen auch hier gegebenenfalls den Mausschlüssel zum Nachziehen. Bei der 7-stufigen Anlage befindet sich der Anschluss für gefiltertes Wasser am Aktivfilter auf der rechten Seite. Dort lösen wir die Mutter einmal von Hand ab, stecken den Schlauch für gefiltertes Wasser hindurch und stecken ihn tief ca. 1,5 cm in das Eckstück, drehen die Mutter wieder von Hand fest auf dem Gewinde auf und nutzen abschließend den Mausschlüssel zum Festziehen. Wir haben jetzt alle Schlauchverbindungen zur Anlage hergestellt. Die Schläuche dürfen sich nicht mehr herausziehen lassen und sollten auch keine Knicke aufweisen. Im abschließenden Video können wir die Anlage jetzt in Betrieb nehmen. Im abschließenden Video können wir wissen, dass alleria und viele Verseens erstentes haben, die die Nation den USA bilden. Wir haben ja erst während das googlen.